Was geht ab Leute und herzlich willkommen zum neuen Video hier bei WhatzeTV. Ihr habt schon lange nichts mehr von mir gesehen, aber das hört jetzt auf. Leute, euch gefallen meine Videos und ihr habt mich noch immer nicht abonniert? Dann klickt doch jetzt auf Abonnieren und lasst doch mal 1000 Likes da, das wäre echt super. Das Thema schlechthin zur Zeit ist ja Wednesday Addams. Leute, ich bin ja schon alt. Es gibt schon so viele Varianten der Addams Family. Das ist eine uralte Serie. Die war damals noch schwarz-weiß. Kennt ihr es noch? Alle mitmachen. Dann gab es ja noch Animationsfilme. Und jetzt neu auf Netflix, Wednesday Addams, die Serie. Ja, habt ihr sie schon angeschaut? Aber bitte nicht um 3 Uhr nachts, nicht um 3 Uhr nachts schauen, Leute. Das ist zu gruselig. Auch mein Kollege CambergTV hat sich mit Wednesday Addams befasst und hat sie im düsteren Siren Head Wald aufgesucht. Ob er sie gefunden hat? Wer weiß. Aber ich möchte jetzt heute zusammen mit euch da reinschauen. Also Leute, legen wir gleich mal los. Schauen wir uns das Video von Camberg gleich mal an. Da ist er schon unterwegs zu dem gruseligen Wald, in diesem Siren Head Wald. Da war ich ja auch schon mal mit ihm. Oh mein Gott, das war so heftig. Wednesday Addams hier. Hands, hands, hands. With my hands. Uh, jeder kennt doch den TikTok-Song. Lass uns jetzt nicht mehr rumspassen. Tanz, je nachdem. Ich bin echt gespannt, ob er wirklich Wednesday Addams mit der Drohne erwischt. Aber noch ist er unterwegs. Oh mein Gott, ist das spannend. Der Fernsehturm. Leute, schaut mal. Hier ist der Siren Head Forest. Dieser gruselige Wald. Dieser gruselige Wald. Das ist das, was Sie sehen können. Weil wir haben einfach mal, wir haben mitten am Tag. Und wir haben jetzt mal die Reise. Und wir haben die Teufel gestanden. Lasst uns mal nachschauen. Und wir fliegen erst mal die Drohne. Und wenn wir sie finden können, cool. Wenn nicht, dann ist das so. Und genau dort, wenn wir jetzt reinfangen. So mit so einer Drohne filmen, das ist schon richtig cool. Ich bin schon extrem aufgeregt, Leute. Oh mein Gott. Vielleicht ist hier irgendwo... Meine Hand? Oh Gott. Okay, okay. Die Hand. Lass uns erst mal vorfahren. Wahnsinnsaufnahmen. Ja, Leute, wir haben die Drohne hier. Und da hinten geht es auch schon in den Wald. Hier ist das Auto. Moin, moin, moin. Also wir schauen jetzt mal hin. Ja, es ist auch abgesperrt. Ich bin wirklich gespannt bei solchen Sommertemperaturen, ob wir sie wirklich sehen können. Ich bin mir nicht ganz gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt. Und ihr sicherlich auch. Wer glaubt ihr die Antwort hat, wenn er jetzt nach ihr ruft oder was? Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo drin ist. Kann ja durchaus sein. Man weiß es nicht. Also lass uns genau hier rüberschauen. Wir sind angekommen. Schaut mal, es ist abgestattet. Oh Mann, da war ich auch schon mit Comeback. Heftig, heftig. Da war damals Siren Head da. Warte, was ist das denn? Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo die Drohne fliegen können. Aber sonst ist kein Mensch da. Ist es am helligen Tag? Dort werden wir auch mal schauen, ob wir das Ganze mit der Drohne überwachen. Vielleicht sind alle weggerannt. Ich bin auf jeden Fall schon richtig aufgeregt. Also lasst uns mal eine coole Stelle finden. Und hier ist halt einfach mal wirklich keiner. Und er ganz allein. Jetzt ruft er auch noch nach ihr. Ist der lebensmüde? Ja, ist er. Das weiß ich ja. Es ist absolut keiner hier. Ich würde mal sagen, wir schauen jetzt genau hier hinter. Oh Leute. Da kommen alte Erinnerungen auf alte Erinnerungen hier. Mit Siren Head. Was ist das? Beste Voraussetzungen für seine Drohne. Ich glaube, wenn ich so eine Drohne fliegen würde, würde ich gleich abstürzen. Und was meint ihr? Soll ich mir mal so eine Drohne holen? Ich würde sagen, wir starten sie genau mal hier und lassen uns erst mal ein Überblick. Okay Leute, dann lasst uns mal nachschauen, ob wir sie... Jetzt geht es los mit der Drohne, Leute. Ob er wirklich was entdeckt? Ich würde sagen, dass wir schon so viele Charaktere überwacht haben, wie zum Beispiel Siren Head, Cartoon Cat und Thomas den Zug. Wen soll man als nächstes mit der Drohne überwachen? Schreibt es jetzt bitte auch mal in die Kommentare rein. Das würde mich riesig, riesig interessieren. Aber es schaut auf jeden Fall... Bis jetzt sieht man nur den gruseligen Wald. Richtig, richtig. Aber keine Wednesday Addams. Es schaut absolut düster aus. Okay, 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 okay. Und da könnt ihr sehen, genau hier Leute, lasst uns erst mal hinfliegen. Lasst uns mal auf den Spand hinfliegen. Hier könnt ihr die Siren Head Löcher oder die Siren Head Fußspuren sehen. Ja, die sind riesig, riesige Fußspuren von Siren Head. Da sieht man erst, wie riesig der ist. Zwei Jahre her, das kann nicht wahr sein. Schon so lange her? Immer so gruselige Personen, das frage ich mich jedes Mal, wenn ich hier ein Video drehe. Da ist so eine verlassene Fabrik. Okay, aber lasst uns doch mal, ich würde sagen... Mann, Leute, und er macht das für das Ganze allein. Ob sich dort irgendjemand befinden kann. Deswegen sind wir ja da, Leute. Aber noch kein Wednesday Addams. Oder? Da läuft ein Jogger. Ein Jogger? Wen interessiert ein Jogger? Wednesday Addams zu tun? Das frage ich mich auch. Wen interessiert ein Jogger? Lasst uns mal nachschauen. Ich muss auch mal wieder joggen gehen, davon abgesehen. Eine Straße, einfach mal eine Straße mitten in den Wald. Ja, lacht nur. Okay. Aber wo könnte sich Wednesday Addams aufhalten mit Ihrer Hand? Schreibt es mal bitte rein. Könnt ihr es wissen? Mit der Hand. Bin mir da nicht so ganz sicher. Eiskaltes Händchen, meint er. Es müsste sich ja irgendwo befinden, aber wo? Das frage ich mich wirklich. Tudududum. Lass uns mal. Tudududum. Vielleicht müssen wir das Ganze abbrechen, wenn wir sie nicht sehen können. Wartet mal. Da, da. Da ist tatsächlich was. Da unten ist eine Person mit einem schwarzen Mantel. Da ist was schwarzes. Könnte es hier sein? Dass sie tatsächlich... Es sieht doch wirklich ganz stark nach... Wednesday Addams, ja! Können Sie sie es wirklich sein? Die läuft so. Könnte sie es sein? Die läuft so. Okay, sie läuft noch geradeaus. Oh mein Gott, er hat sie tatsächlich gefunden im Simon-Headwald. Okay, sie läuft... Sie lässt sich aber auch nicht in die Kamera zeigen. Ihr Blick ist ganz... nach unten gerichtet. Das sieht so düster aus. Sie bleiben stehen. Was macht die? Was macht die? Sie... Was macht die? Sie ist weg. Sie ist weg! Wie geht das? Das war sie hundertprozentig gewesen. Die hat sich weg-teraportiert. Weggebeamt, was weiß ich. Ihr habt das doch auch gesehen, Leute, oder? Irgendwie weg. Es ist Wahnsinn, was seine Drohne da gerade gefilmt hat. Lass uns doch mal schauen, ob wir sie noch mal finden können. Da ist sie. Oh! Leute, was macht sie? Da ist sie wieder! Sie führt irgendwie ein komisches Ritual durch. Was macht sie? Ja, ein Ritual! Sie... Hä? Jetzt hat sie sich nicht weg. Teleportiert. Sie scheint irgendwas mit ihr... Sie schaut... Sie schaut zur Drohne. Und sie... Äh... Sie geht weg. Leute, okay, das ist wirklich extrem komisch. Was ist hier los? Was passiert hier? Aber wo... Wohin kann sie... Wohin kann sie nur hingehen? Wohin läuft sie? Sie läuft irgendwo... Okay, lass uns mal versuchen, ganz nah an ihr Gesicht ranzukommen. Und ganz nah an ihre Hand hinzukommen. Ja, aber sei vorsichtig. Nicht, dass sie deine Drohne sieht. Sie... Versuchen... ...herauszufinden, was sie macht. Okay, warte mal. Sie bleibt stehen. Okay, lass uns mal versuchen ganz nah an... Jetzt geht er echt mit der Drohne so nah dran. Sie führt... Pass auf, ey! Sie führt... Was hat er denn den Dance gemacht? Lass uns mal ganz nah. Wir müssen ganz nah, Leute. Es bleibt ja nichts mehr übrig. Lass uns mal versuchen... Oh mein Gott, was macht er mit der Drohne? Der geht doch viel zu nah ran. Ist der denn wahnsinnig? Ich sag ja, lebensmüde. Wir müssen mal ganz nah an sie hinfliegen. Ganz nah an sie weiterkommen. Noch näher. Noch näher. Alter. Oh mein Gott. Wie nah geht er noch ran? Die sieht doch die Drohne. Oh mein Gott, Leute. Nicht schon wieder. Was? Sie ist weg. Sie ist wieder weg. Oh mein Gott, Leute. Oh, war das heftig, ey. Sie war auf jeden Fall dort gewesen. Aber sie ist immer... Sie ist disappeared. Sie ist irgendwie weggegangen. Ja, sie ist verschwunden. Wir haben es alle gesehen. Come back, wir haben es alle gesehen. Jetzt sucht er schon wieder nach ihr. Aber er scheint in Sicherheit zu sein. Wir beenden das Video. Es wird am Ende natürlich noch einer gegrüßt. Schickt das Video an fünf deiner Freunde weiter. Mal schauen, ob wir Wednesday Adam noch mal irgendwo... Ich glaube, da ist jemand hinter dir. Da, hinter dir. Das ist sie wieder. Renn weg. Renn weg. Die darf die nicht schnappen. Renn weg. Schnell. Schnell. Oh mein Gott. Schnapp sie. Leute, das war vielleicht ein heftiges Video. Oh mein Gott. Klamberg hat tatsächlich Wednesday Adams im Wald gesehen. Heftig, Leute. Heftig. Warum klingelt jetzt mein Handy? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Es ist... Wednesday Adams. Oh mein Gott. ... Untertitelung des ZDF, 2020